Florian Silbereisen schlägt Alarm, nur nach drei Wochen. Florian Silbereisen feiert mit seinen Festen große Erfolge. Jetzt macht Deutschlands beliebtes der Schlager-Star es offiziell. Florian Silbereisen, 43, hat es wieder getan. Der Schlagerkönig bringt mit seinen Schoß die Herzen der Fans zum Beben. Egal ob Schlager-Champions oder Schlager-Boom, wenn die Lichter in der legendären Dortmunder Westfalenhalle angehen, ist Gänsehaut garantiert. Diesen Samstagabend, 28. September, flimmert der Schlager-Boom erneut über die Bildschirme, allerdings als glitzerndes Wiederholung aus dem letzten Jahr. Doch Florian Silbereisen hat gute Nachrichten. Florian Silbereisen, die Vorfreude ist groß. Letztes Jahr verwandelte sich die Halle in ein funkelndes Meer aus Licht und Musik. Stars wie Andrea Berg, DJ Ötzi, Howard Carpendale und Roland Kaiser brachten die Bühne zum Leuchten, während das Publikum in Ekstase tanzte. Auch Stars wie Sarah Engels, Howard Carpendale und Kerstin Ott traten auf und ließen die Herzen der Fans erhöher schlagen. Doch Auf Instagram verkündet Florian Silbereisen nun die frohe Nachricht, während die Fans mit einer alten Folge vertröstet werden, steht schon bald eine neue Ausgabe des Schlager-Booms bevor. Nur noch drei Wochen bis zum Schlager-Boom, kündigt Silbereisen an. Zur Einstimmung könnt ihr heute um 20.15 Uhr noch einmal den Schlager-Boom 2023 sehen, heißt es in seiner Instagram-Story weiter. Während die Fans sich mit der Wiederholung vergnügen, steigt die Vorfreude auf die kommende Show. Was wird Silbereisen diesmal aus dem Hut zaubern? Welche Überraschungen erwarten die Zuschauer? Eines ist sicher, der Schlager-Boom wird auch diesmal für unvergessliche Momente sorgen und die Fans in seinen Bann ziehen. Wer seine Erinnerungen an die beliebte Musikshow auffrischen möchte, kann dies ab 20.15 Uhr auf MDR, NDR, Radio Bremen, SA, SWR oder in der ARD-Mediathek tun. Untertitelung des ZDF, 2020